Ich habe bei diesem Gemälde probiert, eine besondere Perspektive zu malen, und zwar eine Fischei-Perspektive. Hat leider nur so semi geklappt. Ich glaube, aus irgendeinem Grund es wäre schlauer, an der Wand zu malen, weil ich keine Staffelei habe, aber ich habe eine Rauhfasertapete, deswegen ist es einfach richtig. Außerdem ist die Perspektive einfach nur richtig schief geworden, aber ich werde es definitiv nochmal probieren.